hallo und herzlich willkommen ich bin stofi hd und bevor es jetzt gleich weiter geht mit nix halt wollte ich sagen guckt ruhig in der video beschreibung dort sieht ihr einmal den partnerschafts teamspeak dann mein wie komme ich immer auf teamspeak partnerschafts discord link dann seht ihr da mein teamspeak meine teamspeak ip-adresse meinen discord link könnt gerne überall mal raufschäuen mich als friend adden könnt ihr sowieso immer auch hier mein name ist ja seht ihr dabei king ganz unten linke seite king ganz unten könnt mich ja auch gerne adden habt ihr den kanal schon abonniert wenn euch das video gefallen hat oder gefällt könnt ihr das gerne machen und ihr könnt wenn euch das video gefällt den kanal auch gerne euren freunden empfehlen zeigen dass es den kanal gibt dass der kanal ganz schön cool ist oder kühl je nachdem wie ihr das seht und ja dann könnt ihr jetzt auch gerne weiter gucken so haben wir auf hier und jetzt gucken wir hier mal weiter ich habe hier mein home die kohle hole später ja jetzt gucke ich erstmal hier nach wichtigen sachen sowas hier ist wichtig so das hier ist sehr wichtig so einmal so geht schneller und jetzt schwimmen wir hier einmal hoch nochmal eisen setze ich mir hier auch gleich nochmal meinen home habe ich hier zwar ein paar homes aufeinander aber das geht klar kann ich auch immer löschen aber dann muss ich nicht so weit laufen weil ich bin mir sicher ich kriege hier nicht mehr alles mit ja hier so slash set home home äh was setzen wir hier für ein home einfach mal eisen slash lobby oh gott slash ah ne dash gehen wir mal zu dash da wollte ich ja hier gar nicht hin hier ist dash hätte ich slash spawn eingeben müssen um dort hinzukommen ich bin doch sehr schlau ja so slash 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 f äh upsala äh slash so slash ec okay muss ich hier wieder hingehen wie schraftet man ein schild muss ich mal googeln ich weiß nicht ob er mich hier töten kann so so mal hier kann man meine freunde beobachten mal gucken mal gucken sind alle gerade irgendwie offline haben alle gerade besser zu tun und papagei und und hoffn und hoffn und hoffn und hoffn Ach ja, wie schön doch auch das Leben ist, wenn man richtig fröhlich ist. Das erste was ich jetzt mache ist, mein Haus kann noch warten, die Nebenhäuser sind alle wichtiger. Mein Haus muss ja schön werden. Also ist das erste was ich mache, ach hier ist alles noch so in Bearbeitung, slash EC. Das werde ich mir jetzt erstmal alles aus der EC holen, alles was ich brauche natürlich. Sagen wir es mal so, ich habe meine, da fällt mir ja nicht, ich habe meine Rüstung dort wieder gelassen, aber das ist ja jetzt egal. Oh, passt das schon. Guck mal, kann ich hier noch was reinpacken. Hier geht noch was rein an Kohle, hier geht noch was rein an Kohle. So, slash EC, packen wir den Rest mal wieder um. Ja, was machen wir denn da? Stimmt, ich sollte meine Schaufeln mitnehmen, fällt mir gerade ein. So gehe ich jetzt erstmal ins Lager. Ich sollte meine Schaufeln mitnehmen für Erde und ein paar Wassereimer craften, damit ich langsam mal meine Farm hinkriege. Gucken. Mal gucken. Hier habe ich jetzt nichts, so wirklich doch hier. Mal wieder. Eine Menge. Hier zwei Stacks Lapis, aber keine Diamanten. Ich dachte mal, Latis wäre weniger, äh, wäre seltener. So. Ich weiß nicht, wo ich Fahrstoff, kann ich hierzu allgemein keine Kategorie, packe ich einfach hier mal zu. Habe ich hier auch Essen irgendwo, ja, hier, packe ich das da erstmal zu, kann ich immer noch kochen. Feder packe ich hier mit zu. Hm, packe ich hier mit zu. So. Ja. Ich würde ja gerne noch was gerne zusammen urschen, ich kann ja auch schon mal gucken. Kann ich ja schon mal. Slash p-claim. Ah, ich kann nicht mal plotzen. Ich muss erstmal Plot-Erweiterung gewinnen oder kaufen und dann noch Merge-Erweiterung. Ah ne, nicht Merge-Erweiterung, Plot-Erweiterung. Mergen kann ich glaube ich alles, ich weiß es nicht. So. So. Kann ich erstmal weiter bauen. erstmal. So. So. Äh, hallo. Ist jetzt egal. Ich habe jetzt eine Spitzhacke, welche nicht verkehrt, stimmt. So. Geh hier rüber, Dachbau später, weil ich möchte so ein Hochdach da haben, nicht so ein Flatdach. Opsala, ich quaffte mir da glaube ich doch mal eine Spitzhacke. Oh Gott. Nix als dumm halten. So. Muss ich zwar wieder verbrennen, aber besser als nichts von zu haben. . Muss ich nochmal so ein höheren. Okay, mach ich nicht. Ist dann schon hoch genug, wenn ich dann so ein komisches Dach da baue. Passt das schon. So. Schön. Ist echt schön. So. Die baue ich hier nochmal. So, so, so. So, so, so. Oder mache ich das aus Cobblestone? Ich bin mir unschlüssig. Mache ich das aus Cobblestone? Habe ich überhaupt genug Cobblestone? Ich glaube, das letzte mache ich erstmal aus Cobblestone, aber erstmal... Ich brauche noch 8 Ofen. So. Nee, einer fehlt. Dann setze ich schon mal, fange ich schon mal an hier zu setzen. So, perfekt. Genau. So perfekt, so. So perfekt. So. 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 So, einmal weg damit, einmal weg damit. Ist natürlich mit Arbeit verbunden, hier so ein Dach, wie ich das gerade baue, aber da ich fliegen kann, geht es etwas schneller, ist immer noch ein bisschen Arbeit, aber passt schon. Und ich baue hier auch erstmal nur die Umrandung, das Dach, ist erstmal nicht so wichtig, mein Haupthaus muss dann noch kommen. So. Perfekt. Was ist denn das? Was ich nicht schön finde, ist, eigentlich müsste das ja auch zusammen gemerged werden. Warum das nicht klappt, eigentlich muss das doch, wie hier, keine, naja, egal. Klappt eigentlich, klappt wahrscheinlich nicht durch den Baum, aber dann hätten die den da ja weg machen können, wenn es ein Merge ist. Ganz ehrlich, aber egal. Wir wollen uns nicht beklagen. Hier ist das, hier baue ich glaube ich noch, weil das ein kleineres Häuschen ist. Baue ich hier zwar ein kleineres Häuschen hin, aber da mache ich dann dafür viele Sachen noch im Untergrund. Und ich glaube ich brauche auch eine unterirdische Farm, also nicht alles unterirdisch. Ich nehme hier mal ein bisschen raus, ich brauche ja viele Stein Slips dann. Komm, pack das mal rein. Ich baue nicht alle eine komplette Farm unterirdisch, sondern Ich dachte an eine unterirdische Netherfarm, also Netherwarzenfarm. Warum eine unterirdische? Weil die keine Sonne oder sowas in der Art brauchen. Das ist der einfache Hintergrund. Ich glaube das reicht, oder? Hier kommen. Dann packen wir das noch da. So. Weil ich brauche ja fürs Dach diese hier, also diese hier. Sieht dann ungefähr so aus. Oh ja. Hey. Hey. Ähm, ne, nicht ganz so. So. Dann haue ich das hier weg. Und jetzt kommt das hier zum Einsatz. Moment mal, das ist schon wieder komplett falsch. Gut gemacht habe ich das. Und warum sagt keiner von euch, dass ich das falsch gemacht habe? So. 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 Das sieht irgendwie komisch aus. Nicht so. So. Perfekt. So. Und bauen da ein paar Sachen farben. Damit hätte ich jetzt kein Problem. So. Und damit das hier nicht so ein Flachdach oben drauf bleibt, machen wir das jetzt so. 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 So.